Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Farmerahmokurier. Willkommen zu einer selbstligen Ausbeute, nämlich zum neuen Rätselbaum Praline. Zum letzten Mal dabei ist Pekanus XXL in Angebirne XL und die Rosenkranzpappel und neu ist Tulpenbaum XXL und der Lamberts Haselnuss. Ich hoffe natürlich, dass ich den ein-, zweimal bekomme und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit der ersten Praline. Und hier haben wir einen Pekanus Baum XXL, der ja jetzt zum letzten Mal dabei ist, Judas Baum. So, nochmal Pekanus Baum XXL, XXL ist immer gut, eine XXL ist auch ein Judas. Und hier haben wir einen Volemi-Kiefer, brauche ich unbedingt. Also generell Rote Erle ist ja noch dabei, die habe ich nicht allzu oft. Äh, Volemi-Kiefer brauche ich auch noch. Und Rosenkranzpappel auf jeden Fall. Was ich hier jetzt gerade witzig finde, in der FAQ steht nämlich, ähm, Judas Baum, obwohl ja eigentlich Judas Baum XL und XXL dabei sind. So, Orangenbaum XXL, mhm, mhm, mhm. Rote Erle, ah, die, ich glaube, die habe ich sogar gar nicht. Nee, die habe ich gar nicht. Na, das ist ja perfekt. Ich hoffe, ich bekomme auf jeden Fall mindestens zweimal den neuen Baum. Gut, das war um XXL. Nochmal eine Rote Erle, sehr gut. Volemi-Kiefer und Rote Erle können so viel rauskommen, wie sie wollen. Ähm, Rosenkranzpappel bitte auch. Normalerweise ist es ja so, nochmal sehr schön. Normalerweise ist es ja so, wenn ein Baum zum letzten Mal dabei ist, dann kommt der ja meistens richtig oft raus. Lamberts Hasel. Sehr schön. Der Erste. Ich muss sagen, Also, sowieso sieht der ja richtig krüppelig eigentlich aus. Irgendwie, naja. Ist jetzt nicht der schönste. Rosenkranzpappel. Sehr schön, der Erste. Und hoffentlich nicht Letzte. Äh, Tulpenbaum. Ist ja neu dabei jetzt. XXL. So, Volemi-Kiefer. Da könnten ruhig noch ein... Yes, sehr schön. Uiiiiihihi, sehr schön. Jetzt haben wir schon mal vier... Ne, warte Zeit wollte ich schon eine Rote Erle sagen. Volemi-Kiefer dran. Äh, so soll's sein. Anjobbiernenbaum. Rosenkranzpappel, sehr schön. Nochmal eine Rote Erle, wundervoll. Nochmal. Rot, äh, Rosenkranzpappel. Rote Erle. Sehr schön, sehr schön. Äh, äh, dreimal Tulpenbaum-XXL. Judasbaum-XXL. So. Volemi-Kiefer. Harlekenweide. Ach, von denen habe ich mehr als genug. So gesehen kann man eigentlich ja nie genug von den Rätsels stellen. Äh, es... Es laufe ich halt eigentlich nur wirres Zeug. Rätsel. Rätselbäumen haben. Finde ich. Weil, keine Ahnung. Rosenkranzpappel. Sehr schön. Ähm. Lamberzasel. Bräuchte ich noch ein paar. Hundert Stück sind es übrigens. Weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Hundert Stück habe ich gekauft. Keine Pakete. Alles Einzelne. Ah, jetzt wird es hier aber schon langsam eng. Boah, sehr viele Volemi-Kiefer. Das ist sehr schön. Yes. Sehr schön. Kommt nochmal einer. Dann bin ich echt sehr zufrieden. Roterle. Perfekt. Ich habe mir jetzt auch schon ewig keine mehr gekauft. Das sind jetzt alles Bäume dabei, die ich noch nicht habe. Äh, letzte Rätselbaum, den ich mir... Jetzt wollte ich schon wieder Stall sagen. Den, den ich mir gekauft habe, war Erle. Danach kam mir dann die Pappe und dann die Roterle. Und jetzt halt eben, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Die letzten vier. Ist noch eine Hasel dabei. Letzte Chance. Nein. Leider nicht. Aber ich muss sagen, sehr viele Volemi-Kiefer. Der ein oder andere, äh, wie heißt es, diese Pappel? Pappel, Pappel, Pappel. Rosenkranz, Pappel. Da muss ich aber ehrlich sagen, ich hätte mir da mehr gewünscht, weil ich auf meiner Hauptfarm habe selber nur zwei Stück. Und ich hätte da schon gern so, ja, über zehn gehabt. Ähm, aber leider sind es, ich glaube es sind nur drei oder vier. Ich weiß gar nicht. Ähm. Ähm, aber dafür sehr viele Volemi-Kiefer. Und Rote Erle. Wie gesagt, und zwei neue Lamberts Hasel. Ein eigenartiger Name. Aber da bin ich sehr froh drüber. Ihr könnt immer gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch Rätselbäume, nicht Ställe, äh, gekauft habt. Und, ähm, ob ihr auch eine relativ gute Ausbeute habt. Aber ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Muss ich sagen. Ja. Dann würde ich sagen, war es jetzt mit diesem Video. Und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Öl. Tschö mit Öl. Dann geht's. Tschö mit Öl. Und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Öl.